Ah, sie sind zurück. Sie könnten uns helfen. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Zuerst müssen wir möglichst viel über die Eindringlinge herausfinden. Wir brauchen jede Information, die sie im alten Gefängnis finden können. Ich mache Ihnen nichts vor. Es wird gefährlich. Aber die Informationen sind das Risiko wert. Helfen Sie uns? Ich gehe hin, sobald ich kann. Ich warte hier. Und danke. Ich gehe hin, ich gehe hin, ich gehe hin, ich gehe hin. Haben Sie sie gefunden? Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass Sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können Ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Du bist neu bei Trinity, oder? Ja, erster Vertrag. Und andere Puls haben für mich gehört. Versah das bloß nicht. Niemals halt besser. Werden nicht toleriert. Hey, ich dachte, du hättest gesagt, Pickett wäre mit von der Partie. Dachte ich auch. Aber es heißt immer mit Konstantin in Syrien. Ah, shit. Tut mir leid. Ich gehe nicht in der Partie. Wir haben gesagt, wir sind hier. Wir haben uns jetzt zu verhalten. Ah! Ah! I just wanted to see that the bottom of the string is another one. It's not like a clock. Oh, so I'm good. This is the line. Excuse me. I love this one. Yes! I love this one. It's not like this one. Oh, so this one is becoming a two-pound star. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Willkommen zurück. Ich glaube, danach haben Sie gesucht. Ja. Ja, das hilft uns, den Widerstand zu planen. Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Nehmen Sie. Und gut reise. Dieses Tal ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Oh, hallo. 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 Das war's für heute. 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 Ohne diesen Ort, das war's für heute. 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 Das war's für heute.